Man nehme eine majestätische Metropole. Gewürzt mit einer Prise Nostalgie und maritimer Lebensart. Serviert mit einem vollmundigen Wein aus der Heimat berühmter Chateau. Abgeschmeckt mit viel Liebe zum Detail und frischen Zutaten aus dem Meer. Garniert mit Geschichten, Bräuchen und Bilderbuchlandschaften. Bon Appétit oder Bienvenue. Willkommen im Südwesten Frankreichs. Bordeaux weiß sich in Szene zu setzen. Die Schöne im Herzen der Region Neu-Aquitanien ist aus dem Dornröschenschlaf erwacht und strahlt über das ganze Gesicht. Golden mit frisch gesäuberten und vom Ruß der Abgase befreiten Fassaden. In Frankreich mungelt man schon länger. Bordeaux ist eine ernstzunehmende Konkurrenz für Paris. Die Philosophen Montaigne und Montesquieu hat sie hervorgebracht. Ihre Architektur ist ein Paradebeispiel der Klassik. Et bien sûr, natürlich, Bordeaux ist Welthauptstadt des Weins. Martin Marschera stellt Besuchern ihre Stadt auf individuelle und sehr persönliche Art vor. Wer eine Tour mit ihr und ihrer Ente bucht, darf sich zurücklehnen und gespannt sein. Auf eine der schönsten Städte Europas. Und eine charmante Begleitung. Wie so oft, der Verkehr rund um die Altstadt ist zäh. Das eigene Auto bleibt möglichst zu Hause. Die durch den Weinhandel mit England und lukrative Überseegeschäfte reich gewordene Stadt leistete sich berühmte Architekten. Im 18. Jahrhundert verwandelten sie die bis dato mittelalterliche Altstadt in ein klassisches Ensemble mit großzügigen Plätzen und Palästen. Bestes Beispiel ist die Place de la Comédie, der Opernplatz. Hier sind wir mit Martin verabredet. Bonjour. Bonjour. Ça va? Très bien, merci. Bienvenue à Bordeaux. So. Bevor es losgeht, ein paar Worte zu Degevo. Weder schön noch luxuriös, aber das Kultobjekt schlechthin. Und weit über die Grenzen Frankreichs hinaus eine Legende. Die restaurierte 2-CV-Dame im Charleston-Look hört auf den Namen Desirée und ist kein Auto. Nein, das ist Lebensart. Wir sind auf dem Opernplatz, dem neuralgischen Zentrum der Stadt. Alle wichtigen Straßen münden hier. Vor uns sehen wir die Oper. Sie zählt neben der Oper in Versailles und der in Turin zu den schönsten Opernhäusern des 18. Jahrhunderts. Berühmt ist ihre Fassade im Stil der Antike mit ihren zwölf Säulen und den zwölf Statuen, die Musen und Göttinnen darstellen. Ein Werk des Architekten Victor Louis. Ebenso wie das Grand Hotel auf der gegenüberliegenden Seite. Der ursprüngliche Eigentümer und Auftraggeber des Prachtbaus war nicht gerade bescheiden. Das Palais gehörte einem Adligen aus der Zeit, einem Monsieur de Roulis. Deshalb nannte man es später auch Palais Roulis. Dieser Monsieur wollte unbedingt ein Privathaus gegenüber der Oper und in denselben Proportionen. Monsieur de Roulis hat sicherlich Aufsehen erregt. Martins de Jevaux übrigens auch. Die chinesischen Touristen kriegen einfach nicht genug. Von wegen hässliches Endlein. Begleitet vom unverwechselbaren Motorengeräusch des Zwei-Zylinder-Viertakt-Boxermotors geht's rein ins Vergnügen. Ganz à la Bordolais. Mit viel Zeit. Die braucht man auch. Der Weltkulturerbe-Titel von Bordeaux bezieht sich auf fast 20 Quadratkilometer Stadt, deren Altstadt in den letzten 200 Jahren unverändert blieb. Bordeaux ist nicht nur berühmt für seine Architektur und seine Monumente, sondern auch für seine Lebensart. In der Stadt herrscht eine sympathische Stimmung, jung und dynamisch. Vor 40 Jahren hat man sich noch fürchterlich gelangweilt. Man nannte die Stadt auch die schlafende Schönheit. Es herrscht Aufbruchstimmung. Seit der aufwändigen Renovierung strahlen die Fassaden wieder hell und freundlich. Autos sind weitgehend aus den engen Gassen verbannt. Und das historische Zentrum hat sich zur weitläufigen Fußgängerzone gemausert. Wie gemacht für Städtebummler. Und seit der TGV von Paris aus in nur zwei Stunden da ist, kommen auch viele Pariser in die pulsierende Stadt. Es war der Weinhandel, der Bordeaux goldene Zeiten bescherte. Der bogenförmige Hafen, der Mondhafen, wurde das Fenster zur Welt. Der Dreh- und Angelpunkt unterschiedlichster Einflüsse, auch der kulinarischen. Wer einen Eindruck der Vielfalt bekommen möchte, bummelt sonntags über den Wochenmarkt am Ufer der Garonne. Die Nähe zum Meer, Einflüsse aus den spanischen Pyrenäen und das fruchtbare Hinterland haben den Speiseplan Bordeauxs geprägt. Der sonntägliche Markt gehört zum positiven Lebensgefühl einfach dazu und ist ein Beleg dafür, wie gerne hier gegessen wird. Dieser Monsieur bietet Schnecken in Kräutersauce und solche à la Bordolais mit Tomaten, Zwiebeln, Weißwein und spanischer Chorizo-Wurst. Nun ja, das leidenschaftliche Verhältnis der Franzosen zum Essen ist eben kein Klischee, sondern ein über alle Zweifel erhabenes Kulturgut. Und Madame Unct, das Monsieur bis nach Deutschland fahren müsse, um unseren Film zu sehen. Martin ist hingerissen, ob vom Charme oder den Frikadellen. Euch kann ich ja nichts anbieten, ihr seid ja beschäftigt. So manche Gaumenfreuden sind erklärungsbedürftig. Das ist Ziegenkäse mit Kräutern auf traditionelle Art. Dieser ist aus Kuh- und Ziegenmilch und dieser mit Curry und Kräutern. Alles ist frisch, manches ungewöhnlich und dazwischen der eine oder andere, nun ja, kulinarische Sonderfall. Taube in der Dose. Die Feigen schmecken roh oder gekocht. Einfach genial, versichert uns dieser Händler. Die Rezeptur dieser kleinen Kalorienbomben ist ein Mysterium. Fest steht, Canolets bestehen aus viel Eigelb, sind innen herrlich weich und außen knusprig süß. Martin hat eine mögliche Erklärung für die Herkunft. In Bordeaux klärte man den Wein traditionell mit Eiweiß, um die Schwebeteilchen rauszufiltern. Der Legende nach wurde ein Teil des übrig gebliebenen Eigelbs an die Nonnen gespendet. Sie backten daraus Canolets. Das Rezept ging irgendwann verloren. Aber seit ungefähr 30 Jahren sind die Canolets das Prestigeprodukt der Stadt Bordeaux. Viel fotografiert ist die Freiheitsstatue auf der Place des Quincons. Das Denkmal aus der Zeit nach der Französischen Revolution erinnert an die Girondisten. Anders als ihre radikalen Mitstreiter, die Jakobiner, schlugen die Girondisten einen gemäßigteren Ton an, im Kampf um Gleichheit, Brüderlichkeit und Freiheit. Und wurden selbst zu Opfern der Revolution. Im Zweiten Weltkrieg entgingen die eisernen Drachenpferde nur knapp den Deutschen, die sie einschmelzen wollten, um Kugeln zu schmieden. Eine stolze Schönheit mit gesprengten Ketten wacht über das kostbare Gut, die Freiheit. Entspannt navigiert Martin durch das Labyrinth der Gassen der nächsten Sehenswürdigkeit entgegen. Bordeaux ist die reinste Fundgrube. Das mittelalterliche Stadttor, die Porte Caillot, erinnert an Englands Herrschaft über das Bordolais. Denn als die schöne Eleonore von Aquitanien im 12. Jahrhundert Englands Königin Spee, Henry Plantagenet, heiratete, fiel ihm ihr Herzogtum zu. Erst 300 Jahre später wurde es wieder französisch. Dieser Löwe symbolisiert den Löwen von Aquitanien und ist gleichzeitig das Wappentier der englischen Könige. Der Stoff, aus dem die Geschichten sind, ist in Bordeaux ellenlang. Gut gefedert, rollen wir dem nächsten der über 350 denkmalgeschützten Monumente entgegen. Das ruft nach einem kurzen Päuschen. Zu Füßen der Kathedrale Saint-André wirkt die gotische Pracht überragend. Hier ehelichte Eleonore im Jahr 1137 ihren ersten Gatten, König Ludwig VII. Gut lief es nicht zwischen den beiden. Sie wurden geschieden und auf den Franzosen folgte, wie gesagt, der zehn Jahre jüngere Engländer Henry. Die Bordeläser verehren sie bis heute, ihre kapriziöse Eleonore. Der Glockenturm steht abseits der Kathedrale, wie ein italienischer Campanile. Man fürchtete, die Vibration der schweren Glocken könnte die Kathedrale beschädigen. Dass er neben der Kathedrale steht, ist einzigartig. Die vergoldete Figur symbolisiert, wen sonst? Unsere Jungfrau von Aquitanien. Und schon geht's weiter. Das offene Faltdach und der freie Blick nach oben sind ein echtes Plus. Wir sind im angesagten Viertel Les Chartrons. Die Niederländer hatten das sumpfige Gebiet nördlich der Altstadt im 16. Jahrhundert trockengelegt. Und ihnen waren Kaufleute gefolgt, zumeist Protestanten, die mit Bordeauxs wichtigstem Gut Geld verdienten. Dem Wein. Heute steht alles hoch im Kurs, was Antik, Retro oder Vintage ist. Zum Quartier Les Chartrons gehört das Restaurant Chez Dupont. Und zum Chez Dupont Chefkoch Christophe Keris. Er ist seit vielen Jahren verantwortlich für den guten Geschmack im Haus. Und auf seine Menükarte kommt täglich nur Frisches aus der Region. Ihre reiche Vielfalt macht es ihm leicht. Wir befinden uns quasi an einer Kreuzung. Die Produkte der Region kommen sowohl aus dem Hinterland als auch aus dem Baskenland. Vom Atlantik, aus Royon und Arcachon, kommen die Meeresfrüchte und Fische. All diese Produkte werden auf unterschiedliche Weise verwendet. Und das macht die Küche des Bordelais aus. Im eigentlichen Sinn eine sehr bürgerliche Küche, die eng verhaftet ist mit den Traditionen der Region. Das sind Tricondi, fein geschnittene Schweinekutteln mit Knoblauch gegrillt, mit Cherryessig abgelöscht und mit frischer Petersiliensoße angerichtet, erklärt Christophe Keris. Eine Rezeptur aus der Zeit, als vom geschlachteten Tier noch alles verarbeitet wurde. So gehören Innereien bis heute zur guten Küche. Und Kenner schätzen sie als Spezialität. Wer will das schon in Abrede stellen, wo doch das Essen in Frankreich von nationaler Bedeutung ist. Und es das traditionelle französische Menü bis auf die UNESCO-Welterbeliste geschafft hat. Ja, es führt also kein Weg dran vorbei. Die Tricondi müssen probiert werden. Schließlich wollen wir uns nicht blamieren. Doch, überraschend gut. Keine Wange. Wer ins Che-du-Pont kommt, hat die Wahl. Es stehen viele weniger heikle Gerichte auf der täglich wechselnden Speisekarte. Die Zeit mit Martine geht ihrem Ende zu. Aber da war doch noch was? Natürlich. Dass sich Bordeaux so etwas wie einen Tempel für sein rotes Gold gebaut hat, überrascht nicht. Der erste Blick auf das Weinmuseum, die Cité du Vin, schon. Seine Architektur soll an die Bewegung des Weines im geschwenkten Glas erinnern. Diese Extravaganz macht neugierig. Vorher heißt es leider au revoir. Schweren Herzens verabschieden wir uns von Martine und ihrer nostalgischen Freundin. Merci. Was ist dran am Mythos Bordeaux? Ein Weinseminar soll das Geheimnis lüften. Zuerst geht es um die Farbe. Was würden Sie sagen? Einige Önologen beschreiben vier verschiedene Rottöne im Bordeaux, um die Weine voneinander zu unterscheiden. Von Orange bis fast Violett. Das ist natürlich subjektiv. Wir nehmen die erste Nase. Alle Sinnesorgane sind gespannt. Ein erstes Schnuppern am Wein. Also, was riechen Sie? Richtig, Holz. Und riechen Sie auch das Unterholz? Also nicht das Holz des Fasses, sondern den Hummus, nach dem der Wald duftet. Sind Farbton und Aromen geprüft, geht es weiter mit dem Geschmack. Der Wein wird in eine kreisende Bewegung gebracht. So vermischt sich der Sauerstoff mit den Duftmolekülen. Mehr Aromen werden freigesetzt. Das Typische am Bordeaux ist, dass es sich um eine Assemblage handelt. Das heißt, in einem Wein werden zwei, drei, vier oder fünf Rebsorten zusammengefügt, um ihm eine möglichst breite Palette an Aromen zu verleihen. Das gibt dem Wein Körper, Struktur, Komplexität und gleichzeitig Feinheit. Eine zweite Besonderheit des Bordeaux-Weines ist, dass er im Holzfass reift. Das hat sich historisch entwickelt. Die runden Fässer konnten problemlos auf die Schiffe gerollt und nach Übersee verschifft werden. Der so transportierte Wein war nicht nur haltbarer, das Holzaroma übertrug sich auch auf den Geschmack. So erfuhr der Wein eine Standardisierung. Ein neuer Typ war geboren, der kräftige, dunkle, tanninhaltige Rotwein. Dieser galt allgemein als einer der besten Weine der Welt. Die Cité du Vin, übersetzt die Stadt des Weins, ist ein hypermodernes Erlebnismuseum, das sich nicht nur den regionalen Produkten verschrieben hat, sondern dem Wein als universellem und weltweitem Kulturerbe. Multimedial und interaktiv vermittelt es spannende Einblicke in eine weite und vielschichtige Welt. Was es mit der französischen Tischkultur auf sich hat und der klassischen Menüfolge, welche Weine wozu passen und warum der Wein und das ausgedehnte Essen mit Familie und Freunden in Frankreich so wichtig sind, auch dazu gibt es reichliche und unterhaltsame Informationen. Aus 800 verschiedenen Weinen aus mehr als 70 Ländern der Erde darf man sich zu guter Letzt seinen Favoriten aussuchen, ihn probieren und zu einem erschwinglichen Preis mit nach Hause nehmen. Wenn sich abends die Lichter in der Garonne spiegeln, geht Bordeaux, die Schöne, nicht etwa schlafen, sondern zieht alle Aufmerksamkeit auf sich. Es ist Zeit für einen Besuch in einer der vielen Weinbars. Im schicken Point Rouge gibt es beides. Eine gute Auswahl an Cocktails und eine noch größere an Weinen. Ein Ort für Kenner und solche, die es werden möchten. Herren über diese handverlesene Vielfalt ist die Irin Fiona Larkin. 60 Weine glasweise, selbst wenn sie sehr schwierig sind und sie nicht wissen, was sie möchten, es gibt mit Sicherheit etwas für sie. Erlesene Weine probieren, die sonst nur flaschenweise zu haben sind. Darum geht's. Dieser Gast wünscht einen runden Wein, vielleicht aus Pomerol? In meinem ersten Jahr in Bordeaux habe ich eigentlich nur Französisch gelernt, aber wenn man sich in etwas verliebt, will man alles darüber wissen. Und als ich mich in die Kultur und die Sprache verliebte, wollte ich alles über den Wein wissen, der so wichtig ist für die französische Kultur. Das ist bei mir zur Besessenheit geworden. Die Weinliste im Point Rouge ist respekteinflößend. So manche Flasche kostet so viel wie ein gut sortierter Keller. Ein Probierglas mit 14 Zentiliter schon mal 50 Euro. Fiona Larkin hat ein exzellentes Gespür. Hat sie den passenden Wein gefunden, wird er auf den Zentiliter genau ausgeschenkt. Dafür nutzt die Sommelière ein Profisystem. Dieses System macht es möglich, dass ich so viele Weine glasweise ausschenken kann. Ich kann damit eine Flasche öffnen, ohne sie tatsächlich zu öffnen. Um es mal zu zeigen. Hier bereite ich ein Probierglas für einen Gast vor. Der Trick an der Sache ist, diese Nadel sticht durch die Kapsel und auch durch den Korken in den Wein. Diese Kartusche enthält Argon-Gas, das in die Flasche einfließt und das Volumen des entnommenen Weins ersetzt. So bleibt der Wein unverändert und wir können ihn bis zu eineinhalb Jahre aufbewahren. Das heißt, ich kann 60 Weine glasweise anbieten und einem Gast ein kleines Glas eines wirklich erstaunlichen Weins zum Probieren servieren. Die Iren lotst gekonnt durch die Welt der Klassifikationen Terroir und Grand Cru. Allein die klangvollen Namen, Margot, Pouillac, Saint-Emilion, Saint-Esteve machen Lust, wenigstens einmal im Leben einen solch edlen Tropfen auf der Zunge zergehen zu lassen. Fiona verspricht, das ist überwältigend. Von Bordeaux reisen wir eine gute Autostunde in westlicher Richtung an die Côte d'Argent, die Silberküste. Zwischen dem Atlantik und der Bucht von Arcachon liegt unser Ziel, die Halbinsel Cap Ferret. An ihrer Westseite tost das für seine starken Winde, die tückische Strömung und die schweren Stürme bekannte Meer im Golf von Biscaya. Wäre der Horizont nicht im Weg, könnte der Blick bis nach Kanada schweifen. Ein nahezu unberührter Ort, wenn nicht gerade Ferien sind in Frankreich. Aber davor und danach, wenn alle Camper weg sind, übernehmen die Möwen wieder den feinen Sandstrand von Cap Ferret. An der Südspitze steht der alte Leuchtturm. 258 Stufen müssen erklommen werden. Aber dann. Der Blick auf die bewaldete Landzunge, vom Atlantik bis zur stillen Bucht von Arcachon und auf Europas größte Wanderdüne, die Düne von Pilar, macht die Mühen des Aufstiegs schnell vergessen. 30 Jahre lang fuhr Gilles Brachet als Fischer zur See, bevor er zurückkehrte nach Cap Ferret. Jetzt zeigt er Besuchern die Schönheit der Bucht und genießt sein ruhiges Leben. Die Holzhütten der Austernfischer säumen das Ufer. Die Zucht der begehrten Meeresfrüchte ist die Haupteinnahmequelle. Die Bedingungen sind geradezu ideal. Und so gibt es auf Cap Ferret kaum jemanden, der nicht mit den Austern oder der Fischerei groß geworden ist. Schon als Kind bin ich mit meinem Vater und Großvater zum Angeln gegangen. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass meine Familie mal einen Sommer nicht in der Bucht von Arcachon verbracht hätte. Was das Leben hier ausmacht? Eben diese Ruhe. Und trotzdem ist jeder Tag anders. Alles ist im Wandel und es ist spannend, die vielen Veränderungen zu entdecken. Da, wo wir heute mit dem Boot unterwegs sind, war noch vor 50 Jahren Sand. Gilles Boot, die Marie Galante, ist eine restaurierte Pinasse, wie sie typisch ist für das Becken von Arcachon. Mit flachem Boden, sodass es bei Ebbe trocken fallen kann. Mit ihm konnten die Austernzüchter und Fischer bei Bedarf auch auf Sandbänken anlanden. Wir schaukeln an den Austernfeldern vorbei, wo die Muscheln geschützt heranwachsen. Die tiefe Fahrene bringt uns zur Vogelinsel, vorbei an den pittoresken Pfahlhütten, die nur noch als Fotomotiv dienen. Zu Beginn der Austernzucht Mitte des 19. Jahrhunderts war die Vogelinsel dicht bewohnt. Damals wurde noch gerudert und gesegelt. Und um von Arcachon an die Austernbänke zu gelangen, brauchten die Fischer bis zu einem Tag. Und so erlaubte man ihnen, auf der Insel Feuer zu machen und ihre Hütten zu bauen. Ein Großteil der Insel steht immer unter Wasser. Das macht sie zum idealen Rückzugsort für Vögel. Die Bucht von Arcachon ist ein Überwinterungsort. Im Winter kommen über eine Million Vögel aus dem hohen Norden. Wartvögel, Enten, Gänse, Stelzvögel. Sie ernähren sich aus dem nährstoffreichen Schlamm und im Frühling brechen sie wieder auf Richtung Norden. Hunderte verschiedene Arten, darunter sehr seltene wie der Löffelreiher, kommen ab Mitte September auf die sumpfigen Salzwiesen, um zu rasten, sich an den reichen Fischgründen satt zu fressen und ungestört zu nisten. Andere sind Dauergäste im milden Klima. Ein faszinierender Naturraum, nicht nur für Ornithologen. Die Flut steht hoch, ein guter Zeitpunkt für Gilles, um uns zur Düne von Pilar zu bringen, die sich südlich von Arcachon aus dem Bassin erhebt. Ihr Gegenüber, an der Mündung zum Atlantik, erstrecken sich kleinere Sandbänke, die, wie uns Gilles erklärt, die große Wanderdüne sozusagen mit ihrem Sand füttern. Bis zu einer Million Kubikmeter Sand bewegen sich jedes Jahr vom Norden in den Süden der Küste. So entstand auch Cap Ferret. Und der Sand, der sich auch von der Südspitze des Caps löst, bildet die vielen kleinen Sandbänke und er treibt die Düne von Pilar an. Sie ist wie ein lebendiges Wesen. Als man die Gegend mit Kiefern aufforstete, liess man die Düne, wie sie ist. Der Wind treibt sie voran, vier bis fünf Meter im Jahr. Was sich ihr in den Weg stellt, auch den Wald, verschlingt sie. Ein wahres Ungetüm mit optimalen Windverhältnissen für Gleitschirmflieger. Wer lieber geerdet bleibt, stopft durch den feinen Sand und genießt den fast karibischen Anblick. Gilles Brachets Erzählungen über das Bassin von Arcachon haben wir sehr gerne zugehört und hätten darüber fast die Zeit vergessen. Auf Cap Ferret ist man weit, weit weg von allem. Es gibt so gut wie nichts, was davon ablenkt, nichts zu tun. Außer den Fischern und Austernzüchtern bei ihrer Arbeit zuzusehen. Die Muscheln wachsen in grobmaschigen Netzen. Bei Ebbe liegen sie auf dem Trocknen, bei Flut unter Wasser. Bis zur Ernte vergehen bis zu drei Jahre. Vor dem Verzehr kommen die Austern in große Klärbecken, werden vom Schlamm gereinigt und anschließend nach Größen sortiert. Auf diese Weise werden auf Cap Ferret jährlich bis zu 10.000 Tonnen der Delikatesse produziert. Und zu guter Letzt wird sie in dieser Postkartenidylle geschlürft. L'Herb ist unbestritten das hübscheste Austerndorf auf Cap Ferret. Das Hotel de la Plage ist das erste Haus am Platz. Anfangs diente es als Kantine für Waldarbeiter, die die Kiefern auf Cap Ferret melkten, um Baumharz zu gewinnen. Heute ist das Hotel Treffpunkt all jener, die das hübsche Austerndorf lieben. Auch Veronique Lenoir zählt dazu. Mit der Austernzucht ist sie groß geworden. Sie selbst hat sich als Kind daran satt gegessen und mag keine mehr. Aber über das Leben der Austernzüchter in L'Herb weiß sie viel zu erzählen, wenn sie Touristen durch das Vorzeigedörfchen führt. Auch eine gute Gelegenheit, um auf einen Sprung bei ihrer Tante vorbeizugehen. Mitte des 19. Jahrhunderts wuchs der Bedarf an Austern. Immer mehr Austernzüchter kamen vom Festland auf die Halbinsel. Um ihre Parzellen in der Bucht von Arcachon, in der ihrer Austern so gut gedient, besser im Blick zu haben, bauten die Fischer provisorische Hütten. Ein schlichtes, arbeitsreiches Leben. L'Herb ist eines von elf Dörfern auf der Halbinsel. Übersetzt heißt L'Herb Gras. Vielleicht in Erinnerung daran, dass man früher die Pferde auf die nährstoffreichen Salzwiesen zum Grasen führte. Ich ziehe diese Erklärung vor. Wenn der Ostwind bläst, dann werden viele Algen an den Strand gespült, die einen grünen Teppich bilden. Das sieht aus wie Gras. Das ist alles. Hier zu leben hat seinen eigenen Charme. Im Winter, wenn Touristen rar sind, erzählt uns Veronique strikt und liest sie. Mehr gibt es nicht zu tun, außer zu Weihnachten. Dann stehen die Austern in Frankreich auf allen Speisekarten. Im Sommer braucht die Auster wieder mehr Aufmerksamkeit. Wenn es warm ist, laichen sie. Und aus den Eiern werden Larven, die sich an sogenannten Kollektoren festsaugen. Traditionell benutzt man dafür diese Dachschindeln. Sie werden vorbereitet, indem man sie kalkt. Man mischt Sand, Kalk und Wasser und taucht die Ziegel hinein. Anschließend lässt man sie trocknen. Dann werden sie ins Meerwasser gelegt und die Larven können daran festwachsen. Die kleinen Punkte sind winzige Austern. Die Austern-Babys heißen bei uns Nessens. Am Strand von Lerbe reiht sich eine Austernhütte an die nächste. Vereinzelt werden auch andere Meeresfrüchte serviert. Aber die Auster ist der absolute Star. Der Muskel an ihrem Spitzenende wird mit einem geübten Griff durchtrennt und das Unterteil, in dem das Schalentier liegt, auf zerstoßenem Eis angerichtet. Pur, allerhöchstens mit ein paar Spritzern Zitrone, wird sie hier am liebsten gegessen. Je größer die Auster, umso teurer und intensiver im Geschmack. Für viele Pariser und Bordoleser lohnt allein dieser Anblick einen Ausflug nach Capferet. Der französische Dichter Léon Paul Farc soll einmal gesagt haben, sie schmeckt, als ob man das Meer auf den Mund küsst. Und wenn das kein Versuch wert ist? Nur hier auf Capferet wird Paté dazu serviert. Eine Erinnerung an die ersten Austernfischer, die Pastete als Proviant für einen langen Tag auf See mitnahmen. Dazu knackten sie frische Austern. Capferet hat etwas Magisches. Veronique weiß das und teilt ihre Freude darüber sehr gerne mit den Besuchern, denen sie ihre Halbinsel zeigt. Wer den schmalen Sandstreifen einmal kennengelernt hat, möchte wiederkommen an diesen so erfrischenden, so unaufdringlichen und gleichzeitig so markanten Flecken Erde zwischen rauem Atlantik und stiller Bucht. Wenn Ebbe ist und sich das Wasser des kleinen Meeres, wie die Bucht von Arcachon auch genannt wird, zurückzieht, scheint die Zeit tatsächlich einen Moment lang still zu stehen. Dann hat allein die Natur das Sagen auf Capferet. Alle anderen sind Zaungäste und eingeladen zu staunen über so viel schlichte Schönheit. Wir finden, besser geht's kaum, um mit den Füßen im Sand Urlaub zu machen. Psst, nicht weitersagen. Wir kehren der Küste den Rücken und fahren ostwärts über Bordeaux in das Departement Gironde. Die Weinbaugemeinde Saint-Emilion liegt etwa 40 Kilometer östlich der Hauptstadt Neu-Aquitaniens, im Herzen des Bordolais. Der Name Saint-Emilion ist Legende. Er steht für den weltberühmten Bordeaux und ist gelebte Weinbaugeschichte. Hier kommen sie her, die Grand Cru Classé, Weine der höchsten Klassifikationsstufe, vinifiziert in den Kellern des Châteaux, wie die Schlossweingüter hier heissen. Das sanfthügelige Weinanbaugebiet war das erste, das die UNESCO auf die Welterbeliste setzte. Vielleicht, weil es in Saint-Emilion dem Menschen auf so einzigartige Weise gelungen ist, das, was Natur und Mensch geschaffen haben, harmonisch miteinander zu verbinden. Das Meer aus Reben geht über in ein Meer aus Dächern. Das Dorf Saint-Emilion bedient alle Klischees. Seine traditionsreiche Geschichte wird gepflegt und wer das Bilderbuchstädtchen Ende des Sommers besucht, darf sich ins Getümmel stürzen. Aus der Zeit, als der englische König auch der Herzog Aquitaniens war, stammte das Recht der Bürger Saint-Emilions, sich selbst zu verwalten und Recht zu sprechen. Im Laufe der Jahrhunderte wurde aus der Jurat, dem Stadtparlament, eine Weinbruderschaft. Zweimal im Jahr kommt sie zusammen. Im Juni zur Beurteilung des jungen Weins und im September. Wenn die Trauben reif sind, erteilt die Jurat die Genehmigung zur Traubenlese. Ein Grund zum Feuern in Saint-Emilion. Wie einst die mächtigen Stadtherren marschieren die Juratmitglieder in roten Gewändern stolz durch den Ort. Honoratioren aus Politik und Diplomatie, Künstler und natürlich renommierte Winzer sind dabei. Sie alle fühlen sich dem Wein und der Region verpflichtet. Einheimische und Gäste warten gespannt auf die Proklamation des Bon des Vendanges, dem offiziellen Beginn der Weinlese. Der ist amtlich in Frankreich. Zu diesem Zweck geht es für die Juratmitglieder rauf auf den Wehrturm Tour du Roi. Dann wird es ernst. Erst wird die Sonne beschworen, die die Ernte begleiten möge. Und dann der Herbst und seine wunderbaren Eigenschaften für eine gute Ernte. Auf die Beine, Weinleser! Die Jurat verkündet hiermit den Beginn der Traubenernte. Saint-Emilion, Halleluja! Saint-Emilion, Halleluja! Es ist ein feierlicher Moment. Wenn die dunklen Trauben langsam in den Himmel steigen, bekommt man eine Ahnung davon, welchen Stellenwert der Wein und die überlieferten Sitten und Gebräuche einnehmen. Hallo, ich bin Emeline. Willkommen in Saint-Emilion. Ich freue mich, Ihnen die Stadt zu zeigen. Der Wein ist das Lebenselixier, um das sich alles dreht. Prestigetropfen wie ein Chaton Angélus oder Cheval Blanc haben ihren Preis. Und wo man auch hinschaut, es wird geschwenkt, verkostet, beraten, verkauft. Die Leute kommen ja eigentlich hierher für den Wein. Der Wein von Saint-Emilion ist ja weltberühmt. Aber es gibt so viel mehr, was man hier entdecken kann. In jeder kleinen Gasse, in jeder kleinen Straße, weil diese Stadt mehr als tausend Jahre alt ist. Und wir freuen uns immer wieder, die Besucher zu diesen kleinen Details hinzubringen, damit sie das Ganze hier sehen können und entdecken können. Im Dorf geht's bergauf und bergab über Kopfsteinpflaster. Ein bisweilen schlüpfriges Vergnügen, denn die Pflastersteine sind spiegelglatt und nur mit äußerster Vorsicht zu begehen. Es gab vor mehreren hundert Jahren schon Weinhandel zwischen Bordeaux und England. Und Wein wurde nach England in Booten halt geschippt. Und zurück, damit die Boote ausbalanciert wurden, wurden Steine aus Cornwall benutzt. Und diese Steine wurden dann hier in Saint-Emilion eingebaut, in diesen Straßen. Eine Erinnerung an die Blütezeit des Weinhandels, in Gang gebracht durch die Heirat der schönen Eleonore von Aquitanien mit dem englischen Thronanwärter Henry Plantagenet. Das war der Beginn der Bordeaux-Erfolgsgeschichte. Viele Besucher kommen aber auch nach Saint-Emilion, weil das Städtchen auf dem Jakobsweg liegt und seinen Namen einem Heiligen verdankt, der Wunder wirkte und in einer Grotte lebte. Und mit Sicherheit sind Gäste dabei, die Saint-Emilion einfach herrlich französisch finden. Eine der Sehenswürdigkeiten ist die unterirdische monolithische Kirche, deren Glockenturm hoch aus dem Felsen ragt. Die Ausmaße der Kirche, die im 12. Jahrhundert aus dem Kalkstein gemeißelt wurde, lassen sich von außen nicht einschätzen. Emeline Azra arbeitet für das örtliche Tourismusbüro und kennt sich aus in den Gängen der Katakomben. Hohen geistlichen und wohlhabenden Bürgern war es vorbehalten, in der Nähe ihres Schutzheiligen Emilion, der in einer Grotte neben der Kirche gelebt hatte, die letzte Ruhe zu finden. Die Größe der Höhlenkirche ist überwältigend. Acht gewaltige, elf Meter hohe Säulen tragen die schwere Last. Über allem wachen die mächtigsten aller Engel, zwei Serafime, ein Symbol für Licht und Liebe. Auch der heilige Georg, der tapfere Drachentöter, ist im Stein verewigt. Ein mystischer Ort, an dem bis heute Gottesdienste abgehalten werden. Die Kirche war im Mittelalter total bemalt. Also auf den Wänden hatten wir viele grelle Farben, wie blau, rot oder grün, die wir heutzutage leider nicht mehr sehen können. Wenn wir uns diese Wände anschauen, sieht man, dass sie eigentlich abgekratzt wurden. Und das während der französischen Revolution. Auf den Wänden hatten wir nämlich Salpeter, der für Schießpulver benutzt wurde. Dass in Saint-Emilion die Korken knallen, ist eher ungewöhnlich. Wir befinden uns im magischen Garten des Klosters der Cordeliers. In den unterirdischen Gewölben des Franziskanerklosters wird seit Ende des 19. Jahrhunderts Schaumwein hergestellt. Und oberirdisch vor romantischer Kulisse getrunken. Emelins Empfehlung, ein Picknickkörbchen mit lokalen Spezialitäten und einer Flasche Schaumwein bestellen und nach einem lauschigen Plätzchen suchen. Eigentlich ist Saint-Emilion eine Rotweinstadt. Und nur hier im Cluster des Cordeliers wird dieser Cremant de Bordeaux produziert. Dieser tolle Cremant, den wir hier trinken, passt perfekt zu den Macarons von Saint-Emilion. Das ist unsere Dorf-Spezialität. Sie sind nämlich ganz speziell, bisschen anders wie die französischen Macarons eigentlich aussehen. Und die passen so gut mit Cremant zusammen. Einfach lecker. Da könnte man direkt neidisch werden. Das heißt für uns, wir müssen uns auf die Spur der leckeren Macarons begeben. Seit 1620 werden Macarons in Saint-Emilion produziert. Und nur in dieser Bäckerei werden sie nach dem Originalrezept hergestellt. Man könnte meinen, die Zeit hält die Luft an in dem kleinen Lädchen. Aber dann dieser zarte Duft, der freudige Erwartung weckt. Denn nebenan wird konzentriert gewerkelt. Didier-Julion pflückt die Schalen von den blanchierten Mandeln. Sie sind Hauptbestandteil des Rezepts, das Nonnen eines in Saint-Emilion ansässigen Ursulinen-Klosters vor über 400 Jahren erfunden haben. Süße und Bittermandeln werden gemahlen und mit Eischnee vermischt. Das meiste geschieht von Hand wie einst. In der Zeit, als sich die Klosterschwestern das Rezept ausgedacht haben, gab es noch nicht so viele Weinreben in Saint-Emilion. Dafür aber umso mehr Mandelbäume. Die Schwestern haben diese kleinen Kuchen gebacken, um sich für die guten Gaben der Bürger zu bedanken. Und so sind sie zur Spezialität von Saint-Emilion geworden. Seither ist das Rezept unverändert. Immer das Gleiche. In welchem Verhältnis Mandeln, Zucker und Eischnee zueinander finden müssen, um ein göttliches Macaron zu werden, verrät man uns nicht. Das ist ein wohlgehütetes Familiengeheimnis. Noch schnell einen Blick auf das Bilderbuchstädtchen und seinen Glockenturm, bevor es Nacht wird. Das Fest zur Verkündung der Weinlese endet traditionell mit einem Spektakel. Dann funkelt und schimmert Saint-Emilion zu Ehren der Jurat, des Weins, seines reichen Erbes und des guten Geschmacks. Das emotionale Schauspiel zieht uns in seinen Bann, wie unsere Reise von Bordeaux an den Atlantik und in eine der legendärsten Weinlandschaften der Welt. Frankreichs Südwesten, seine Menschen, Landschaften und Genüsse haben unseren Appetit geweckt, die Region noch besser kennenzulernen und mehr von ihrem Zauber zu kosten. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020